Es war wirklich so, als ob sich der Boden unter mir öffnete und ich dieses Fallen auch nicht mehr aufhalten konnte. Herzlich willkommen zur ersten Glowcast-Folge in 2024. Ich hoffe, ihr habt eure Weihnachtsfeiertage genossen und vielleicht auch den Jahreswechsel schon dafür genutzt, an euren Vision Board zu arbeiten, eure Werte zu überdenken und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Glaubenssatz zu hinterfragen. Denn es geht in diesem Podcast genau darum, ich möchte euch inspirieren mit Geschichten zu persönlichen Entwicklungen, für mehr Selbstliebe und aber natürlich auch euch inspirieren, eure eigenen Themen anzugehen. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, noch mehr Gründerstorys zu teilen und euch zu zeigen, was dahinter steckt. Ich habe für diese Folge die liebe Sue Gears eingeladen aus Hamburg vom Brand Sosu. Ich liebe, liebe, liebe ihre Antonia-Bluse und ihre schönen Styles, die sie für ihr eigenes Brand selber kreiert. Und ihre Story ist wirklich krass. Ich kannte sie ehrlich gesagt gar nicht und bin total gespannt, was ihr von der Folge hält. Sie ist auf jeden Fall sehr inspirierend und motivierend. Ganz viel Freude mit dieser besonderen Folge. Hallo, liebe Sue. Wie schön, dass du hier bist und dass du die weite Reise aus Hamburg auf dich genommen hast. Ich freue mich auch sehr. Endlich darf ich hier sein. Wir begleiten uns ja gegenseitig schon wirklich, wirklich lange. Total. Aber wir haben noch niemals so persönlich gesprochen, wie wir das heute tun dürfen. Magst du einmal für alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, einmal erzählen, wo hat deine Reise begonnen? Woher kommst du? Was hast du bisher gemacht? Und dann gehen wir ja gleich nochmal auf deine aktuelle Situation mit Sosu ein. Ja. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen dein Background. Mein Background. Ja, ich bin 1969 in Motown, Wolfsburg geboren. Also wirklich in so einer very industrial Umgebung und bin sehr international mit Gastarbeiterkindern, so nannte man das früher, aufgewachsen. Was ich aber total toll und faszinierend fand. Und dann ist meine Mutter aber der Liebe wegen sozusagen nach Hamburg gezogen und hat mich mitgenommen. Also meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich sieben und ich bin mitgezogen. Und von da an war ich eigentlich auch, habe ich auch gemerkt, ich bin nicht so ein Homie. Also ich will auf jeden Fall raus in die weite Welt und nach oder schon während meiner Schule habe ich einen Austauschjahr in Seattle gemacht. Nach der Schule bin ich sofort nach New York gegangen, habe da angefangen Fotografie zu studieren an der Parsons School. Dann habe ich zurück in Hamburg Germanistik studiert und bin so zum Journalismus gekommen und hatte das große Glück, weil ich halt super gut Englisch sprach und der Fernsehmarkt boomte, gleich als Redakteurin bei einem Kinoformat zu starten. Damals für den Privatsender Premiere und habe im Prinzip aus dem Stand heraus Clint Eastwood, Sylvester Stallone, also alle möglichen Superstars von damals interviewen dürfen. Und ja, auch meine liebe Freundin Susanne Ardwell, dort mit ihr zusammengearbeitet, dann auch bei Max TV, also verschiedene Formate, mich vom Kino zum Lifestyle entwickelt. Und Mode war immer meine Leidenschaft. Also ich habe schon, mein Vater hat neulich mal zu mir gesagt, so damals, als du ganz wenig Geld hattest und dir die Klamotten in New York auf der Straße gekauft hast, im East Village. Ich fand, da sahst du teilweise auch noch ein bisschen spannender aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das war ja interessant. Ja, also klar, ich habe viel Rubben experimentiert, auch so gerade in New York. Da hatte ich dann auch so weiße, habe ich weiße Andy Warhol Perücken getragen und so. Also das war natürlich auch so eine sehr experimentelle Phase. Naja, und dann wurde mein Format eingestellt, Max TV. Und dann habe ich mir überlegt, starte ich jetzt nochmal eine Senderkarriere? Also wir hatten das Angebot, dann damals zu Sat.1 oder ProSieben direkt in den Sender zu gehen. Ich habe bei der Milchverlagsgruppe Milchstraße gearbeitet. Und dann hatte ich mich aber schon in meinen damaligen Mann verliebt und dachte, oh, jetzt nicht nochmal so eine Long-Distance-Beziehung. Das hatte ich auch schon hinter mir. Und habe dann sozusagen in die Mode eingeheiratet, wie man das so schön sagt. Er hatte damals schon das Unternehmen oder gerade das Unternehmen Closed übernommen von seinem Vater mit seinem Partner. Und ja, und dann haben die mich relativ schnell gefragt. Journalismus ist ja so ähnlich wie PR. Und wir sind immer so unglücklich mit unserer PR oder finden keine PR-Agentur. Die geben immer nur ein Jahr Gas und dann lässt es irgendwie so nach. Versucht das doch mal. Und dann habe ich gesagt, okay, probieren geht über Studieren. Und ich bin auch relativ angstfrei und habe das dann einfach gemacht. Und habe diese Firma natürlich auch lieben gelernt von innen. Ich habe dann natürlich auch einen anderen Zugang gehabt. Also wenn ich dann ins Design gegangen bin und habe gesagt, so du, nächstes Jahr ist das Mozart. Ja, lass uns doch da mal eine kleine Kollektion machen. Dann denke ich mir, wurde mir natürlich so ein bisschen anders Gehör verliehen, als wenn jetzt irgendjemand aus der PR-Abteilung da reinmarschiert wäre. Also so hat sich das dann ganz gut gefügt. Und wir haben da was zusammen geschaffen, was halt auch im Außen sehr sichtbar wurde. Und natürlich auch durch meine Filmkontakte ist es mir dann wirklich auch, das war wirklich dann auch so ein super Coup für die Marke. Und auch der Eintritt der Marke Closed in den amerikanischen Markt, als dann Sarah Jessica Parker eine Jeans von uns getragen hat. Und das war, weil ich da halt auch im Chateau Marmont mal so eine Denimbar gemacht habe und viele Stylisten eingeladen habe. Ich hatte viele Freunde, die PR-Arbeit gemacht haben für die damaligen Superstars. Und die kamen dann und das war halt wirklich toll. Und so konnten wir die ausstatten für Sex in the City 2. Mega spannende Geschichte. Wahnsinn. Und da hast du ja eine unfassbar coole und spannende Karriere hingelegt. Aber dann ist etwas ganz Einschneidendes bei dir passiert, richtig? Ja, wie das dann so ist. Also das Einschneidende war natürlich auch eine Familie zu gründen, wie du ja selber weißt. Drei Kinder, auch in Abstand von zwei Jahren. Zwei wollte ich auf jeden Fall, sage ich mal jetzt mal so ganz vorsichtig, Ich wollte auf jeden Fall kein Einzelkind haben, aber ja, es ist, ich hatte mich jetzt auch nie als Mutter von so vielen, also für mich ist das wirklich viel Kinder gesehen, weil ich halt auch, wie gesagt, viel, ich bin auch wirklich freiheitsliebend. Ich lebe auch das Reisen, das ist meine große Inspiration und das ist natürlich mit kleinen Kindern nur bedingt möglich. Und wenn man natürlich auch arbeiten will und das auch für sein Selbstverständnis so sieht. Und das war schon schwierig, das alles unter einem Hut zu kriegen. Und ehrlicherweise ist darüber hinaus, glaube ich, auch unsere Ehe zerbrochen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es eigentlich einfach zu viel war und vielleicht wir beide auch zu viel wollten oder sagen wir mal so, was anderes wollten. Okay. Und dann habt ihr euch getrennt und das hat ja dann auch in deinem Leben sehr, sehr, sehr viel verändert, richtig? Ja, sehr, weil wir waren bis dato natürlich auch nicht nur Ehepartner, Freunde, Eltern. Wir waren auch Geschäftspartner in dem Sinne, aber leider natürlich nicht gleichwertig. Also ich hatte zwar, also ich war nicht angestellt, ich hatte meine eigene Firma gegründet, die Jules PR, die für Closed gearbeitet hat. Ich hatte also meine eigene Firma, die aber ausschließlich dann letztendlich zum Schluss nur noch für Closed gearbeitet hat. Und das war natürlich schwierig, so dann das nicht mehr zu tun, weil das ging dann einfach nicht mehr. So, wir konnten nicht mehr zusammen arbeiten und plus Trennung, plus der Schmerz darüber und das Verarbeiten und das alles auch so wirklich aus so engem Raum. Also wir, man muss sich das vorstellen, wir wohnen da in Hamburg-Eppendorf wirklich alle so around the corner. Das ist also so, er zog nur die Straße runter, die Firma war dann nochmal so um die Ecke und sich dann auch in diesem Dunstkreis neu zu erfinden, war wirklich für mich immer emotionale Schwerstarbeit. Das war wirklich, ja, hätte ich nie gedacht, also dass ich, dass mir das, dass ich in so eine Schmerzblase gelangen würde. Und plötzlich, das war wirklich so, als ob sich der Boden unter mir öffnete und ich dieses Fallen auch nicht mehr aufhalten konnte. Und dann hast du mehr oder weniger auch selber entschieden, quasi einmal kompletten Cut zu machen und alles einmal aufzugeben. Also die Arbeit für Closed, aber auch natürlich deinen Journalismus, den du ja schon dafür auch an den Nagel gehangen hattest. Also total, also und auch Linett, ich habe ja auch noch den Einkauf gemacht, das meine ich auch mit der Überforderung, das hatte ich eben vergessen aufzuzählen, aber ich habe auch noch, dadurch war ich auch sehr viel unterwegs, ich habe noch den Einkauf gemacht für einen Multi-Brand-Store meiner Schwiegermutter und war halt auch oft im Laden und auch oft abends, weil dann natürlich, sage ich jetzt mal, Managerin von Gruner und Jahr halt gesagt haben, zu kann ich noch, kann ich nach Ladenfluss kommen, so und das ist natürlich auch Gift fürs Familienleben, irgendwie und das, ja, also das habe ich dann noch weitergemacht. Also das war nochmal so ein bisschen, wo ich sagte, es ist ganz gut, dass man noch erstmal noch so eine Regelmäßigkeit hat und einen Job, aber trotzdem war das natürlich familiär besetzt, sodass ich auch gespürt habe, es fühlt sich nicht mehr nach mir an. Also ich habe dann auch noch überlegt, ob ich das wirklich übernehme, aber Linett ist auch so verknüpft mit dem Namen meiner Schwiegermutter gewesen, dass ich gesagt habe, die war was ganz Neues starten und in der Tat war Sousou am Anfang ja auch nicht als klassisches Model-Label geplant, sondern als Lifestyle-Blog. Also ich wollte eigentlich, oder so ist es ja auch immer noch, ein Zuhause kreieren mit ganz vielen tollen Frauen und für ganz viele tolle Frauen in der Mitte des Lebens und zwar digital. Ich sagte, meine Altersgruppe hat mittlerweile auch den Weg ins Digitale gefunden. Die Zeitschriften haben ja alle so ein bisschen geschlafen, muss man sagen. Die waren ja alle viel zu langsam, das Digitale so umzusetzen und zu begreifen und ich war gut connected mit vielen Autorinnen und im Prinzip wollten wir wirklich Lifestyle-Themen, die uns in unserem Alter beschäftigen, ins Netz. Und das haben wir auch erfolgreich gemacht, aber natürlich muss das finanziert werden. Und mir wurde natürlich relativ schnell klar, dass wir da nicht mit Google Ads klarkommen. Was ich vielleicht noch einmal ganz gerne erfahren möchte, ist, weil ich glaube, wahrscheinlich hören jetzt hier auch viele zu, die vielleicht auch schon so eine Trennung mitgemacht haben und du sagst ja wirklich, du warst am Boden zerstört. Du hattest ja wirklich, dir ist ja so richtig der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Also nicht nur privat, ihr habt gemeinsam mit drei Kindern, sondern auch beruflich. Also deine ganze Existenz war ja komplett einmal dahin. Total. Und ich hätte auch jetzt nicht, ich werde das nie vergessen, mein Ex meinte dann noch so, geh doch zurück ins Verlagswesen oder so. Ich meine, ich weiß so eigentlich, was da gerade los ist. Die haben auch echt nur auf mich gewartet. Ja. Und kannst du einmal so kurz von dieser Zeit erzählen? Weil das war ja, ich weiß nicht, wie alt warst du da? Wie lange ist das jetzt her? Ende 40. Ende 40. Das heißt, wie lange ist das dann so für dich so gewesen, dass du wirklich in so einem Loch warst? Und was hat dich dann angetrieben? Wann kam der Wendepunkt, wo du dann gesagt hast, so geht es nicht weiter, ich muss jetzt was Eigenes starten? Ja. Also ich kann dir, also diese Zeit, ich bin immer schwer mit so Zeitfenstern. Ich könnte jetzt nicht, also gefühlt waren das glaube ich zwei Jahre, wo ich wirklich, wo es mir ganz schlimm ging. Also so, wo ich wirklich nachts durchgeheult habe, wo ich meine, wo ich meine besten Freundinnen anrufen konnte, wo ich natürlich auch Hardcore-Therapie hatte und mich aufgerafft habe, wo meine Eltern auch viel bei mir waren. Mein Vater geguckt hat, dass regelmäßig gekocht wurde und wo ich halt auch wirklich an so einem, sage ich jetzt mal, an so einem, ja an so einer Klippe entlang gerutscht bin und ich gemerkt habe, dass auch mein Rotweinkonsum jeden Abend mehr wurde und ich auch irgendwie gemerkt habe, ich stehe an so einer Kreuzung, es wäre jetzt völlig okay, es ist die arme, verlassene, betrogene Ehefrau, ist doch klar, dass die jetzt Rotweinalkoholik kann, könnte, kann, könnte, hat mir auch jeder so mitleidige Blicke zugeworfen und hätte es verstehen können, ich selber auch. Also das ist ja immer so diese Wahl, die man im Leben hat. Oder, ich weiß nicht, irgendwie kam dann ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich auch mit Sousou, mit meinem Team, mit meiner Schwester, meinen besten Freundinnen, die mir einfach wirklich auch so ein bisschen in den Hintern getreten haben, die gesagt haben, komm, das bist du doch nicht und das ist er doch auch nicht wert oder das und es gibt noch so viel mehr da draußen und finde dich wieder selber, finde zurück in deine Stärke und das habe ich dann letztendlich auch getan, nicht zuletzt vor allen Dingen meinen drei Kindern zuliebe. Ich wollte denen auch zeigen, dass man nach einem Sturz auch wieder aufstehen kann und dass das Leben so viel mehr ist und im Gegenteil, dass man wirklich aus dieses, ich meine, wenn mir damals immer jemand gesagt hat, ja, take your broken heart and make it into art, das war schon auch ein wichtiger Satz, den habe ich mal bei Mary Streep gelesen, aber wenn dann Leute immer gesagt haben, ja und aus dem Schmerz was erschaffen und so, dann denke ich immer so, ja, so wie Selbstliebe, das sind dann immer so Phrasen, die ich dann einfach auch nicht mehr hören konnte, bis der Groschen einfach mal selber für einen fällt und die Zeit so dann reif ist zu sagen, ja okay, jetzt bin ich soweit und jetzt starte ich durch und das ist dann wie so ein Zahnrad an glücklichen Zufällen und letztendlich habe ich dann auch so eine Resilienz gehabt, dass die Pandemie mir überhaupt nichts ausgemacht hat, im Gegenteil, ich war dann zu Hause, ich war dann in meinem Element, ich konnte wieder Geschichten erzählen, ich habe ein Live nach dem anderen gemacht, ich habe die Leute unterhalten und habe da wirklich, auch wirklich dann in meine Stärke zurückgefunden, weil ich gesagt habe, ich bin gerade durch die Hölle gegangen, die Pandemie kann mir nichts mehr anhaben. Absolut und vielleicht war es ja auch dann auch eine gute Zeit für dich, wo man sich halt vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwie mit dem Außen befassen musste, sondern auch mal bei sich sein konnte. Wie alt waren deine Kinder in dieser Phase? Also in der Trennungsphase war mein Kleiner in der zweiten Klasse, der war relativ jung. Und deswegen, weil für mich sind diese Feiertage auch immer so besetzt, weil er hat sich getrennt einen Tag vor der Hochzeit meiner Schwester. Zu Weihnachten erzählte er den Kindern von der neuen Frau und zu dem Geburtstag meiner großen Tochter, das war der 15. Geburtstag, ist er dann ausgezogen. Also das sind immer so, diese Feiertage sind bei mir immer sehr emotional besetzt. Hast du denn vielleicht jetzt auch für alle, die zuhören, mal wirklich so ein paar Tipps oder auch irgendwie Motivationen, was hat dich letztendlich dann halt da auch hingeführt oder was war auch so das, wo du vielleicht so kleine Brücken dir mitgebaut hast, Inseln, wo du gesagt hast, so ich lasse das jetzt nicht mehr mit mir machen, weil du hast eben selber gesagt, das ist ja eine Entscheidung, die man trifft. Du kannst dich dem Rotwein widmen und sagen, okay, ich bin jetzt die arme, verlassene Frau oder ich gehe zurück in meine Power und werde die Sue, so wie ich dich jetzt zum Beispiel, kenne. Also ich kannte diese ganze Story gar nicht von dir. Und für mich bist du einfach nur die wahre Powerfrau. Und ich finde das so spannend, weil ich glaube, es gibt einfach viele Menschen da draußen, die eben genau an diesem Punkt stehen. Total, deswegen habe ich auch das jetzt alles gerade mal aufgeschrieben. Weil ich dann natürlich immer wieder darauf angesprochen werde und ich logischerweise ja leider auch kein Einzelschicksal war. Oder was heißt leider? Viele haben dann einfach auch nochmal die Chance, sich neu zu erfinden. Das ist ja das Tolle. Wir leben ja grundsätzlich länger. Im Mittelalter wäre das jetzt so, okay, das war es dann halt auch. Das Leben ist gelaufen. Das ist so. Dann, ja, aber wir haben ja die, heutzutage wirklich diese Möglichkeiten einfach, uns neu zu erfinden, was Neues zu schaffen. Zu schauen, was ist eigentlich meine Leidenschaft und kann ich da was draus machen? Und da gibt es so, auch du, da gibt es so viele tolle Beispiele. Und letztendlich war das bei mir ja auch so. Ich sage, warum nicht? Und es gibt natürlich auch so Triggersätze, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich funktioniere viel über Wut und Emotionalität, Leidenschaft. Und ich war auf so eine Single-Party eingeladen. Eine Freundin hatte mich mitgenommen. Ach komm, so, du musst jetzt mal wieder auch mal raus da in dieses Dating-System. Du musst jetzt mal ein paar Männer kennenlernen. Ich stelle dir mal ein paar vor. Das waren auch natürlich alles so Single-Männer. Älteren Semesters wohlgemerkt. Und dann sagte der eine, der hatte sich auch gerade getrennt von seiner Frau, ja, und was machst du jetzt so? Und ich sagte, ja, habe ich dann dieses Konzept von einem Lifestyle-Blog. Und dass wir jetzt anfangen, so einzelne Drops zu entwerfen, weil das meine Leidenschaft ist. Und mal gucken und damit finanzieren wir uns und so. Und dann sagt er so, wie alt bist du jetzt so, Ende 40? Das kann ja nicht mehr erfolgreich werden. Wow. Ja, und das ist so ein Satz, der, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind so, es gibt so Trigger-Momente in dem Leben. Und dieser Satz, es war gar nicht so ungefähr meinem Ex-Mann das zu zeigen, so nach dem Motto, ich kann das auch ohne euch irgendwie. Das war dieser Satz von diesem, so dem Typen, ne? Irgend so ein random Typ, den kennst du gar nicht mehr. Den kennst du gar nicht mehr. Also ich weiß noch, wer er ist, wenn ich ihn auf der Straße sehe. Aber dieser Satz, das hat mich so getriggert, weil ich gesagt habe, ja, weil der dann auch so stellvertretend für so alte, weiße Männer stand, so für diese Generation, die so festgefahren ist. Und das ist auch meine Motivation. Und da bewundere ich dich ja auch immer mit dem Coaching und wie ehrlich und authentisch du damit umgehst. Dass man einfach heutzutage, ja, sich so entdecken kann, was man rausfinden kann, diese tollen Podcasts, die es einfach so gibt, wie man, das hat mich einfach wirklich so beflügelt, zu sagen, nee, ich kann alte Muster durchbrechen. Das ist möglich. Ich kann jung bleiben. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich kann nochmal neu gründen. Und es gibt so viele Beispiele an tollen Frauen, die auch genau das, wenn ihre Kinder aus dem Gröbsten raus waren, in den mittleren Jahren nochmal neu gestartet sind. Absolut, total. Also wirklich auch so schön, dass du diese Wendung für dich gefunden hast, ja. Weil ich glaube auch da nochmal immer ganz kurz darauf einzugehen, es ist immer eine Entscheidung und du kannst diese Entscheidung treffen. Und ich glaube halt auch, das ist ja das, wo viele andere Menschen dann für bewundern, dass sie dann schaffen, da rauszukommen. Aber es gibt ja auch dann immer so, du hast vorhin direkt gesagt, meine Freundinnen waren auch letztendlich, oder deine Schwester. Also ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich das alleine rausgehe, aber das muss man ja auch erstmal annehmen. Man muss ja auch dafür bereit sein, sich helfen zu lassen. Absolut. Das kommt ja noch dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so ein bisschen Payback-Zeit. Also ich war ja 14, als meine Schwester geboren wurde und musste immer schön auf sie babysitten. Ich habe sie dann auch heimlich mit auf Partys genommen. Und ich finde es schön, dass ich das jetzt umdrehe, dass sie so auf mich, ich will nicht sagen aufgepasst hat, aber schon, sie hält bei uns schon auch das Geld zusammen. In dem Sinne kann man schon sagen, dass sie auf uns aufpasst als Firma. Und dich auch maßgeblich unterstützt, richtig? Also ohne sie könnte ich das nicht machen. Also wirklich. Also wir sind auch gleichberechtigte Partner. Ich färbe einen Heiden-Respekt davor. Auch diesen finanziellen Part, das ganze Online-Business. Das ist wirklich auch ihr Bereich und wirklich mehr Kulpa. Also das sehe ich absolut gleichwertig auch zu meiner Kreation an. Ist sie denn dann schon auch eingestiegen, als ihr den Blog erst gestartet hattet? Ja, von Anfang an. Also sie war von Anfang an dabei. Ihr habt beide zusammen entschlossen, lasst uns so zugründen. Und dann habt ihr die Company, da seid ihr 50-50 beteiligt. Total, ja. Okay, und ihr habt das komplett gebootstrapped. Ihr seid aus eigenen Mitteln, ohne das Geld von Fremden. Ja, immer noch. Mega spannend, mega, mega spannend. Könntest du einmal noch so kurz darauf eingehen, weil ich glaube, auch das wieder sehr viel interessiert. Wie habt ihr denn dann genau gestartet? Also über den Blog, aber jetzt auch mit der Mode. Ja, wir haben also auch ganz klassisch in meiner Wohnung damals gestartet, am Klosterstern, die zum Glück sehr groß war. Und dann haben wir da echt auch so, also wir haben eigentlich gestartet, deutschen Designern eine Plattform zu geben. Wir haben so verschiedene Designer angeschrieben. Schickt uns eure Kollektionen. Wir verkaufen das und haben so einen normalen Markup-Percentage. Und davon wollten wir den Blog anfänglich produzieren. Plus aber auch schon, haben auch schon parallel einen eigenen Hoodie gemacht, weil ich natürlich von Closed die Produzenten langjährig kannte und auch so ein paar Ideen hatte. Aber wie gesagt, danach nicht, also weit davon entfernt waren, eine gesamte Kollektion da aufs Tapet zu bringen. Und dann haben wir, so haben wir eigentlich gestartet. Und dann hatten wir diese ganzen Teile bei mir in der Wohnung hängen und hatten auch, haben dann abends auch immer alle noch oder morgens Pakete gepackt und die um die Ecke beim Kiosk gebracht. Also so dieses klassische Start-up-Feeling. Und was uns auch total zusammengeschweißt hat. Und meine Schwester hat damals ja auch noch in meiner Nähe gewohnt und mit kleinem Kind. Also das war wirklich so ein bisschen alles Family-Style. Und ist es auch heute noch. Ist ja auch eine total schöne Art zu starten. Das ist ja bei uns auch so gewesen. Ich habe ja auch meine Lisa, meine Geschäftspartnerin, so wie deine Schwester ist, diejenige, die auch wirklich, und die ich das auch nicht gemacht hätte. Also sie war auch so an meiner Seite und sie hat das halt auch sehr gepusht und gesagt, Miri, wo ich ja halt wirklich auch so ein unfassbar schlimmes Burnout hatte, wo sie dann auch gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch. Du hast das jetzt so viele Jahre gemacht. Warum würden wir jetzt Jacks Beauty Line aufgeben? So, wir halten jetzt durch. Und sie hat es ja wirklich auch fast zwei Jahre alleine gemacht. Wo ich da durch die Weltgeschichte geturnt bin und mein Interior Design gemacht hat, da hat sie es weitergemacht. Und ich glaube halt auch dann, die Anfänge bei uns hat das ja dann in der Corona-Pandemie, ist das ja dann so erfolgreich geworden. Da haben wir uns ja abge... die Klinke in die Hand gedrückt mit den ganzen Lives. Ja, da haben wir uns auch kennengelernt. Genau, da habe ich das erste Mal mich live mit dir geschminkt. Genau, da haben wir zusammen geschminkt. Und das war auch so schön zu sehen, dass es da halt eben auch viele Unternehmerinnen gab, die halt eben auch gesagt haben, hey, ich stecke jetzt den Kopf nicht in den Sand, sondern ich mache jetzt was aus der Pandemie. Ich nutze meine Power, was ich da irgendwie gerade an meinem Können weitergeben kann. Und wir haben dann auch so gestartet. Wir hatten das kleine Büro, wir haben alles selber gepackt. Wir haben komplett auch wirklich ja nur mit den Pinseln gestartet, die es ja schon lange gab. Und haben auch, als wir dann die Make-Up-Produkte gelauncht haben, nur mit vier Produkten gelauncht. Und ich glaube, das ist auch hier, finde ich, nochmal an dieser Stelle so ein ganz schönes, ja, so ein schöner Hinweis auch für alle, die über so eine eigene Gründung nachdenken. Es muss ja nicht immer direkt mit einer ganzen Kollektion oder komplett irgendwie 100 Produkten starten. Ich finde das halt immer total toll, dass man halt sagt, ich möchte aus eigenen Mitteln wachsen und starte erst mal klein. Und packe selber, habe erst mal keinen Logistiker. Du hast gesagt, ihr habt einen Sweater gemacht. Also auch da dann aus diesen eigenen Mitteln zu wachsen. Ja, und das fällt mir in Deutschland, an Deutschland immer besonders auf, ist dieser Perfektionismus. Ja. Also das kenne ich auch noch sehr vom Verkauf. Also wenn ich Frauen beraten habe, dann wird jede Naht und das ist immer so dieses Perfektionismus. Und so ist es halt auch mit dem Gründen. Es muss gleich, das ganze USP muss festlegen, das Büro, eigentlich haben alle schon eine Vision, wie das alles aussehen muss. Und ich glaube, davon muss man sich einfach auch frei machen. Einfach mit so klein anfangen und Step by Step. Und ich glaube, dass ich schon so alt war, weil ich sehr ungeduldig bin, ich hatte diese Ungeduld verloren. Ich wollte einfach was Tolles kreieren und schaffen und habe nicht so sehr in die Vision, sagt man natürlich beim Coaching, wo siehst du dich in zehn Jahren, kennen wir ja. Aber für mich war es einfach so, wieder in die Kraft zu greifen und das wirklich Day by Day, Step by Step und dieses Vertrauen zu haben und die Positivität. Und das ist, glaube ich, Konstitution. Zu sagen, das wird schon, wir glauben dran. Und das Tolle ist auch, wenn man so eine Partnerschaft hat, wie du mit Lisa oder ich mit meiner Vanessa, das ist wirklich Magic. Dafür müsste man eigentlich jeden Tag dankbar sein. Weil ich merke das auch, wie du das auch hast, wir haben natürlich auch so Tage, wo der eine so ein bisschen so, und jetzt geht nicht und das können wir nicht machen, die Stückzahl zu hoch. Dann trägt der andere das. Absolut. Total. Oder wenn jemand kündigt oder so, dann ist der eine traurig, dann sagt der andere, ach komm, das war jetzt aber alles. Das ist so, dass wir immer so Ausgleich haben. Ja, das ist bei uns auch total so. Wir haben auch, jetzt wo es mir so schlecht ging eine Zeit lang, dann hat dann Lisa total gecovert. Und jetzt muss sie einfach auch gerade mal wieder ein bisschen raus. Sie ist jetzt gerade wirklich auch so kraftlos. Und dann haben wir, das ist halt bei uns genau das Gleiche. Wir wechseln uns dann wirklich auch ab. Und das ist ja wie wirklich auch eine gemeinsame Führung. Und gerade auch, wenn man dann, ja, wir sind beide Mütter, finde ich, ist das halt noch mal wichtiger. Ja. Und ich finde den Ansatz von dir auch noch mal so schön, weil ich habe ja auch über die letzten Jahre wahnsinnig viele Frauen begleitet oder auch beobachtet, wie sie gründen. Und ich finde es auch immer ganz, ganz toll, wenn man schafft, klein zu starten. Perfektionismus ist bei mir auch ein riesengroßes Thema. Aber trotzdem dann auch zu sagen, einfach machen, starten und nicht so viel darüber nachdenken, was muss jetzt alles noch perfekter sein? Ja. Und sich dann auch auf das Wesentliche zu fokussieren. Ja. Was war denn da bei euch so der Fokus? Also vielleicht können wir noch einmal so darauf eingehen, gab es Stolpersteine? Ja. Und was war das, womit ihr dann auch wirklich diesen, dann immer mehr gewachsen seid? Naja, der Stolperstein an sich war ja, du hast ihn gerade an, war die Antonia. Also als ich die Antonia sozusagen fertig da auf der Stange hängen hatte. Und ich bin ja selber, also ich bin ja keine gelernte Maßschneiderin, Modedesignerin, sondern ich bin ja eher so eine DJ. So, ich habe einfach einen wahnsinnigen Fundus und Schatz an Kleiderschrank, aus dem ich ab und zu einen Podcast mache. Und dann sehe ich da einen Detail, sehe ich da einen Ärmel und mische das zusammen und dann von da einen Kragen und dann wird es gesteckt und dann hängt da irgendwann mal ein fertiges Ergebnis auf der Stange oder auch nicht. und als diese Bluse da, das weiß ich noch, da standen wir dann noch davor, Knut hat gesagt, er ist unser einziger Mann im Team, wir konnten den Produkten immer so, wollten immer Frauennamen den verleihen und er sagte, dann hatten wir schon unsere Kinder, hatten wir schon alles, gab schon das Emily-Kleid und das Flory-Dress und dann hat er gesagt, so, das ist Antonia, weil das ist seine Nichte, heißt Antonia. Dann habe ich gesagt, okay, dann ist die die Antonia-Bluse und dann hatten wir, Knut hat an die Bluse geglaubt, ich fand sie auch toll, weil ich gesagt habe, damals gab es dann halt zum Glück schon Instagram sehr aktiv und ich habe gesagt, das ist so eine, wie man früher gesagt hat, eine Schaufenster-Bluse, habe ich gesagt, es ist eine Instagram-Bluse. Das ist bestimmt jetzt nicht Stückzahlen-fähig, aber die zieht so rein, die macht so Lust, die hat so einen großen Auftritt. Aber ich selber hatte schon die Schere im Kopf und habe gesagt so, ja, er hat selber meine Kundin schon gehört, da passt doch kein Mantel drüber, da verschwinde ich ja drin, das können nur schlanke Frauen tragen. Also ich hatte schon selber natürlich meine Kundinnen so nach dem Motto, was ging sie denn da rüber? Und dann habe ich gesagt, okay, das ist aber dieses Quäntchen Mut, was man braucht, einfach zu sagen, nee, ich glaube daran, wir machen das jetzt einfach. Und letztendlich ist das dann ja auch unser Hero-Peace geworden. Darüber hat sich ja jetzt eine ganze Kollektion gebindelt. Natürlich habe ich dann einen Pullover gemacht, der über diese Bluse passt, einen Strickmantel, einen Blazer, der über diese Bluse passt. Dann höre ich, oder was halt auch das Schöne ist, ich bin sehr eng an meiner Community dran. Wir haben gesagt so, ja, aber mach doch auch mal was für die zarten Kleinen, mir ist das zu viel Volumen. Ständig bin ich da mit am Essen und dann vergesse ich immer, das hochzukrempeln, so wie du jetzt. Und dann habe ich jetzt halt hier auch die Antonia Slim gemacht, also auch eine abgespecktere Version. Also es entstehen aus diesem Antonia-Superballon-Blusen, Hero-Peace, entstehen halt immer wieder neue Kreationen. Und das Schöne ist, dass ich nicht diesen Druck habe mit diesen so und so vielen Kollektionen, sondern ich fühle was, ich greife es auf und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und man kann das so dann reinschmeißen, dadurch, dass man halt so im Kontakt über online mit der Community ist. Ja, das macht ihr auch genauso wie wir sehr stark, dass ihr ja sehr stark im Austausch mit der Community seid. Das sind ja auch Tipps, die ich immer wieder auf LinkedIn und Instagram und so weiter gebe. Seid ganz nah dran an eurem Kunden, eurer Kundin. Hört zu, lasst euch Feedback geben. Und das ist ja auch das Schöne, auch meine Glow Foundation ist ja auch jetzt so gewachsen und gewachsen. Wir haben sie immer weiterentwickelt, weil wir auch hingehört haben, gemerkt haben, okay, das eine oder andere funktioniert noch nicht so, wie wir wollen, weil ich das ja genauso wie du mit deiner Antonia-Bluse ja auch alles vom Scratch mitentwickelt habe. Und jetzt ist das aber natürlich eine totale Erfolgsstory geworden. Und du hast ja vorhin gesagt, es war dein Stolperstein. Warum war das denn dann jetzt ein Stolperstein? Naja, weil es eigentlich so... War die am Anfang schwierig? Also war sie schwierig auch zu entwickeln und zu produzieren? Weil das ging, aber alle haben eigentlich gesagt so, so, okay. Aber es hat sich dann, wie gesagt, entwickelt. Es hat sich dann entwickelt und auch so ein bisschen verselbstständigt. Weil ich das so, tolle Frauen wie du, die getragen haben, anders gestylt haben. Und das hat mich dann ja auch beflügelt, auch so. Mittlerweile gibt es die in 27 Farben verschiedenen Materialien und da auch wieder neue Materialien zu finden oder im Sommer mal mit Spitze oder Rüschen. Keine Ahnung, das ist ja never-ending-Story. Weil selbst Knut hat gesagt, oh, das wird jetzt aber schwierig für die nächste Saison. Wie willst du das noch toppen? Und da habe ich gesagt so, da lasse ich mir keine Angst machen, dass man immer ständig einen neuen Hit bringen muss, sondern zum Glück leben wir einfach momentan auch in einer Welt und das ist auch ein bisschen Zeitgeist zum Glück geworden, nachhaltig zu leben. Ja, absolut. Und nicht immer jede Saison muss das Rad neu erfunden werden, sondern es geht um Beständigkeit. Es geht um gute Qualitäten. Und das ist halt, wie gesagt, auch ein, glaube ich, ein Erfolgsfaktor, dass wir wirklich, wir produzieren in Europa nur mit Ländern, die die Menschenrechte achten. Wir haben kein Plastik in unseren Sachen. Und wenn, dann ist es recycelt. Jetzt auch im Strick machen wir viel recyceltes Kaschmir. Und das ist einfach wichtig, weil ich finde so, wir haben da auch eine Verantwortung. Und ich finde es auch gerade bei dir super, super schön und spannend, dass du auch eben gerade sagst, ich muss dem Trend nicht immer folgen. Ich muss jetzt nicht unbedingt all das machen, was andere machen, sondern ich mache mein eigenes Ding, wo wir auch wieder viel Gemeinsamkeiten haben, weil ich auch immer gesagt habe, es gibt so viele Brands da draußen. Warum muss ich denn jetzt auch noch irgendwie das 50.000. Brand sein, was alles so macht wie andere? Und wir sind so das Einsteiger-Brand. Also das ist ja auch wirklich so, eben auch bei dir, deine Bluse, wie du es gerade schon gesagt hast, ist mein Key Hero-Produkt in meinem Kleiderschrank, weil ich sie jetzt seit Jahren trage und sie immer schöner wird. Also die wäscht man und sie sieht danach super aus. Also das ist nicht so, das ist ja schon wirklich stark auch zu vergleichen, dass wenn man einmal teuer kauft, man ja dann auch langjährig was davon hat. Und finde ich auch die Kleidungsstücke sehr viel mehr schätzt. Also ich wertschätze so eine Bluse mit so einer Geschichte, wo ein Mensch hinter steht, mit einer Geschichte doch deutlich mehr, als wenn ich etwas von Zara oder Hans M kaufe oder so. Ja, absolut. Und das Schöne ist auch, die Geschichte geht ja immer weiter. Ich kriege jetzt so viele Geschichten, was weiß ich, Bewerbungsgespräch in der Antonia erfolgreich geführt oder Examen bestanden. Und das ist halt auch, was mich besonders stolz macht, ist, dass meine Kinder das auch so lieben mittlerweile. Ich habe halt schon auch gemerkt, neulich kam hier auch eine Berliner sehr bekannte Bloggerin auf mich zu und hat gesagt so, Wahnsinn, früher am Anfang haben dich ja alle belächelt und so und hinter deinem Rücken so, guck mal, was die jetzt macht. So vorher die große PR-Chef. War das so? Anscheinend. Ich habe das, aber ich hatte das so, das meine ich auch, wenn du sagst so Brücken, ne, du hast mich ja gefragt, was waren so Brücken oder Stolperl. Ich glaube, man muss wirklich sich konzentrieren, auf sich konzentrieren und Scheuklappen haben. Und es ist völlig egal, ob andere sich drüber lustig machen oder was geredet wird oder ob das, oder dir selber die Schere so, was könnten die anderen denken. Also diese Sätze sollten aus deiner Bibel bitteschön verschwinden. Du musst dich mit Positivität umgeben und einfach das machen, woran du glaubst. Und was hat die Bloggerin dann noch gesagt? Ne, sie hat gesagt, und jetzt finden es ja alle ganz toll und machen alle das selber und so. Das war ja auch so, ne? Keiner hat gesprochen. Viele haben da am Anfang ja auch nicht gesprochen. Diese Sone, jetzt sind wir mal wundertsicher, wer jetzt alles so spricht und erzählt und macht und tut und so. Wo ich dachte so, ja, wie seht ihr, ist doch alles nicht so, ist doch alles nicht so schlimm. Magst du nochmal so, vielleicht so deine zwei bis drei Erfolgsgeheimnisse teilen? Also was ist so das? Also du hast jetzt eben schon gerade was gesagt, du lässt dich nicht so von Trends leiten. Du hast jetzt ein Key-Produkt, worauf alles aufbaut. Was halt eben für dich ja auch ein super smarter Move ist, weil das, was ich jetzt nur aus meiner jahrelangen Arbeit als Make-up-Artistin und Massenbildnerin ja wirklich auch kenne, ist ja, dass wirklich Kollektionen erstellt werden, wo ja ein klitzekleiner Anteil nur von wirklich verkauft wird und der Rest landet auf dem Müll oder wird halt irgendwie überhaupt nicht mehr weiterverarbeitet. Das finde ich halt eben auch bei dir super toll, dass ihr eben diese Kollektionen macht, die dann wirklich auch abverkauft werden und wo du nicht sagst, ey, ich habe hier 50 Teile designt und davon wird jetzt eigentlich nur ein ganz kleiner Teil produziert. Also du machst ja, da hebst du dich ja sehr stark ab von anderen Designern. Magst du vielleicht noch einmal so ganz kurz vielleicht da auch nochmal so drauf eingehen? Ja, also auf jeden Fall finde ich immer auf dein Bauchgefühl hören, Instinkten folgen, darin auch festhalten, trotzdem aber auch zuhören. Also ich stelle auch ein neues Produkt gerne dem Team vor, zur Kritik, manchmal auch der Community, also auch offen sein. Also du designst komplett alles noch selber. Ja, ich habe eine Technikerin und auch das ist toll, dass man heute sich keine Stolpersteine oder Grenzen mehr setzen muss, zu sagen, ja, aber die wohnt ja in München. Dann wird es halt nach München geschickt. So, geht ja auch mit Liefergrün. So, und dass man einfach, dass die dann halt sagt, okay, das ist möglich, ich verstehe deine Vision, aber das wird beim Tragen, das und das wird passieren. So, und das ist dann nochmal so Hand in Hand, wo man dann sagt, so kompromissbereit sein dann schon, auch nicht um Teufel komm raus, seine Farbe, seine Vision durchdrücken, sondern immer natürlich auch, ja, verstehen wollen. Also ich finde, das ist wichtig und wirklich ein tolles Team haben und sich auch da wieder auf das Bauchgefühl verlassen, auch da zuhören, aufeinander zugehen, gemeinsam immer konstruktiv bleiben und das, finde ich, sind die wichtigsten Faktoren und auch immer so, immer fragen, ob irgendwas möglich ist, weil das Nein, das ist für mich so ein Satz, das Nein hat man immer in der Tasche. Also, und nicht schüchtern sein. Also ich bin halt auch so, dass ich, wenn ich irgendwas sehe auf der Straße, gehe ich einfach auf was, was mich interessiert, gehe ich auf Frauen zu und sage, sie sehen so toll aus, darf ich mal wissen, was sie da für eine tolle Bluse anhaben und beobachte das auch. Neulich habe ich eine Bluse fotografiert von einer Frau, die in der Elbphilharmonie saß und das wird jetzt meine neue Inspiration sein, was aus diesem Bild zu machen und zu gucken, was ich daraus, was ich daraus entwickle. Ihr seid ja jetzt zehn Team-Members, ne, insgesamt, das sind jetzt ungefähr zehn Leute. Und wir arbeiten halt alles viel mit Freunden noch zusammen. Also meine Schwester zum Beispiel, also die Key-Faktoren, zum Beispiel unsere ganze Logistik, da hat meine Schwester auch ihre beste Freundin überredet, die auch Mutter war, sich selbstständig zu machen in Ahrensburg. Die hat jetzt auch mittlerweile andere Brands, das ist jetzt nicht nur wir, aber die hat da jetzt so ein ganzes Logistikunternehmen aufgebaut. Und das ist halt so schön. Das ist halt, so zu arbeiten ist einfach total erfüllend und bin ich, bin ich sehr dankbar und sehr stolz. Und wie gesagt, ich habe nicht die Version, dass ich groß wachsen will. Also wir, wir wachsen jetzt in der Tat auch durch Retail. Wir haben jetzt einen internationalen Vertrieb. Auf einmal muss ich die Kollektion verdreifachen, was mir natürlich mehr Druck gibt, weil das Teil muss jetzt perfekt sein. Wenn es rausfliegt auf der Messe, ich habe mittlerweile sind die, ist die Kollektion über 50 Teile und dann sagt man, na klar, wir gehen auf die Messe nach Düsseldorf und München und dann fliegen Sachen raus, das ist nicht so schlimm, die verkaufen wir beim nächsten Sale oder Lagerverkauf. Aber jetzt haben wir natürlich drei von diesen Samples immer. Also jetzt muss ich die Teile schon auch noch stärker prüfen. Also es wird herausfordernder und jetzt haben wir einen internationalen Vertrieb. Wir haben, wir sind jetzt in Japan und Kuala Lumpur hat uns geschrieben, Holland, also so, wir haben wirklich viele Kunden jetzt im Ausland gemacht und das wird jetzt eine spannende, es wird ein spannendes Jahr nächstes Jahr. Und das ist ja jetzt wirklich auch dann halt so organisch gekommen. Das heißt, wenn ihr so ein kleines Team in Anführungsstrichen seid, dann ist es ja wirklich, hat sich das ja auch so Step by Step alles ergeben und ihr arbeitet dann mit Agenturen zusammen, mit Vertriebspartnern und so weiter, also die alle nicht bei euch selber angestellt sind, aber dann halt eben, für SOSU im Einsatz sind, was finde ich auch ein sehr, sehr smarter Move ist, weil du ja dadurch die ganzen Kosten und das Risiko auch relativ klein hältst. und ich habe jetzt so ein bisschen bei dir rausgehört, dass ja du auch dein Team sehr wertschätzt und die Zusammenarbeit mit deiner Schwester und so weiter. Das zeige ich denen leider viel zu selten. Aber ich bin auch sehr anspruchsvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so, ja, das ist schon auch Achterbahnfahrt. Okay. Und hast du denn eine Thematik mit Mitarbeitern? Also bei mir war das ja wirklich ein ganz großes Thema. Früher, als ich meine Jacks Beauty Department Stores hatte, konnte ich Mitarbeiter überhaupt nicht führen, habe vollkommen falsche Menschen für mich eingestellt, war dauerhaft genervt, war wirklich einfach ja auch so, dass ich gedacht habe, oh Gott, Mitarbeiter rauben mir den letzten Nerv und habe das ja dann tatsächlich geschafft über meine ganzen Coachings und so weiter komplett für mich aufzulösen. Heute sind meine Mitarbeiter mein wichtigstes Asset in der Firma, die sind die, die mir diese Freiheit geben, in Urlaube zu fahren, dass wir halt so viel Umsatz machen und so weiter. Hast du damit eine Thematik? Bist du, weil du auch ja gesagt hast, du möchtest eigentlich gar nicht mehr Leute oder das noch größer aufziehen oder hat das damit nichts zu tun? Ich glaube, Mitarbeiter bräuchten und dann bräuchte ich nochmal deinen Tipp und nochmal ein bisschen Coaching. Grundsätzlich bin ich jetzt gerade super zufrieden, aber ich hatte so, wir haben ja auch viel mit Werkstudentinnen gearbeitet, tun wir auch immer noch und da ist natürlich auch eine hohe Fluktuation und ich habe grundsätzlich, glaube ich, auch ein Problem, wenn Mitarbeiter gehen. Also dieses Loslassen, Verabschieden, vielleicht auch aus meiner, das ist mein Trauma. Ich glaube, da muss ich nochmal, da bin ich jetzt auch gerade nochmal dran mit Wingwave, also das muss ich noch weiter bearbeiten. Was ist Wingwave? Ah, Wingwave ist, also Wingwave ist so eine, besagt, es kommt daraus, dass du tagsüber sozusagen nicht verarbeitest. Eine Coaching-Methode? Ist eine Coaching-Methode, genau. Und das ist halt so, wie gesagt, Traumata kannst du dadurch auflösen durch Augenbewegung. Das ist im Prinzip Sachen einordnen. so, aber eine andere Art von und das, das machst du und das praktizierst du gerade und das hilft dir. Toll. Das ist spannend. Ich bin auch in dem Bereich total neugierig. Also ich, ich probiere da, bin da sehr experimentierend. Bin ich sowieso. Ich bin, ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsfaktor, wenn man, glaube ich, per se, und das kommt natürlich auch durch, glaube ich, auch Konstitutionen, aber auch durch den Journalismus. Ich, ich frage gerne, ich, mich interessieren Menschen, mich, mich interessiert, was in der Welt passiert, was es, was es Neues gibt. Unser Gehirn ist ja erst nur zu 10 Prozent erforscht. Also mich, mich interessiert vor allen Dingen, wie können wir Muster durchbrechen, mit denen wir aufgewachsen sind und die poppen irgendwann auf. Also je älter du wirst, was du nicht bearbeitest, ploppt wie so eine Boje an die, an die Wasseroberfläche. Du musst es bearbeiten. Du kannst es eine Zeit lang unter den Teppich kehren oder wegdrücken oder kompensieren. Mache ich auch gerne. Wenn du sagst, was tut dir noch gut? Ach, ich gehe gerne in die Stadt und kaufe mir irgendwas. Dann fühle ich mich für ein, zwei Tage schön, aber, und gut, weil ich habe, es löst nicht das Problem. Es löst halt leider nicht das Problem. Absolut. Genauso wenig wie Luxus, Urlaub oder sonst irgendwas. Oder ein schönes Make-up. Genau, das schöne Make-up, es löst leider nicht das eigentliche Problem. darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, wenn wir sagen so, worüber wollen wir sprechen, mir ist es auch immer wichtig, es geht hier nicht nur um Mode oder Make-up, sondern es ist ja manchmal auch, um sich gut zu fühlen, sondern es ist ja, klar wissen wir, es ist immer der ganzheitliche Aspekt, aber es ist manchmal trotzdem doch auch das Umgekehrte. Wenn ich mich, so wie fühle ich mich heute, was brauche ich heute und wenn ich die Haare schön habe und wenn ich, das ist manchmal wie so ein Schild, was man einfach braucht, weil man vielleicht emotional gerade so ein bisschen so am Schlittern ist und dann kann man das und ich habe gesagt, ich möchte mich heute nicht so zeigen, ich nehme dann auch gerne mal einen Filter, wird man dann ja mal gleich angefeindet, aber das ist manchmal so. Ich habe gesagt, ich brauche das jetzt einfach mal für mich. Und dann ist das auch okay. Und ich mache das immer so, wie gesagt, in Deutschland habe ich immer das Problem, dass man mit Facetten immer ein Problem hat. Ich möchte gerne, dass jeder dann in seiner Schublade ist und dass das klar ist und das bin ich halt nicht. Ich bin halt facettenreich und das habe ich über mich jetzt über die Jahre lernen dürfen und darf das auch leben oder ich lebe das einfach und wer damit überfordert ist, der sucht sich jemand anderem. Ja, absolut. Und um nochmal ganz kurz zurück auf die Thematik mit deinem Team, weil du gesagt hast, da brauche ich auch noch Tipps. Ich glaube ja überhaupt, dass Teamaufbau, Mitarbeiterführung, das krasseste Thema überhaupt in dem Thema Gründung ist, weil das steht dann allen irgendwann bevor. Ich glaube auch gar nicht, es geht gar nicht ohne ein Team und vor allem auch ohne gutes Team. Und ich muss ja halt sagen, dass ich so richtig so in meine Superpower und in meine ganze, ja in so dieses Glück gekommen bin, in dem ich halt eben wirklich diese negativen Glaubenssätze aufgelöst habe und gesagt habe, ich baue mir jetzt einfach das tollste Team auf Erden auf. Und ich habe heute Morgen noch mit meinem Mann darüber gesprochen, dass ich eben auch für eine Mitarbeiterin die Therapie gerade bezahle. Und da meinte er so, wow, du bist schon echt eine tolle Chefin und da habe ich ihm gesagt, ja, aber das ist das Einzige, was mich wirklich erfüllt, ein richtig, richtig tolles Team aufzubauen und denen halt wirklich diese Wertschätzung und aber auch eben diese, diese kreative Freiheit, finanzielle Freiheit mit dem Team aufzubauen und auch da etwas zurückzugeben. Und ich glaube wirklich, dass das Team um sich herum zu haben, dass das auch ganz viel Glück auslöst. Also auch jetzt die Zusammenarbeit mit deiner Schwester, wie du über sie sprichst und so, da merkt man richtig, du hast so ein Leuchten in den Augen. Ich glaube halt, für mich war es auch jetzt gerade die ganze Zeit wahnsinnig wichtig, mir die Leute in meine Company reinzuholen, die mich glücklich machen und mich auch bewusst von Menschen zu trennen, die mich irgendwie, ja, die mich nicht erfüllen oder wo ich merke, so, das passt einfach auch gar nicht. Und dem auch zu trauen. Und dem zu trauen. Und nicht zu denken, ach, das wird schon. Genau, oder zu sagen so, ja, aber die Person auf der Stelle, die muss halt so sein. Und wenn das dann halt hinterher irgendwie jemand ist, der mich total nervt, dann denke ich, nee, es muss nicht so sein. Es ist meine eigene Firma. Ich entscheide und ich entscheide, wen ich um mich herum habe, wie die Leute sich fühlen dürfen, ja. Und auch da wieder, Schwächen zeigen zu dürfen. Zu sagen, es gibt für alle gute und schlechte Tage. Und was ja auch mal mit mein größtes Learning ist, dass immer alles von mir ausgeht. Also, dass ich halt dafür verantwortlich bin, wie gut jemand in seinem Job ist. Wie gut jemand, wir haben das unzählige Male schon gehabt, dass wir Leute geheiert haben, gemerkt haben, oh, es passt leider gerade gar nicht. Auf eine andere Position gesetzt haben und die Person ist wahnsinnig gut darin geworden. Und ist wirklich so mit, die stärksten, da sind die stärksten Mitarbeiter bei uns in der Firma drauf. Haus gewonnen. Und sich das aber auch zu erlauben, zu sagen, vielleicht habe ich jetzt die Person einfach auch auf eine falsche Stelle gesetzt. Total. Und einfach mal zu schauen, wo funktioniert es noch gut. Ja, das hatten wir auch schon. Ja, also ich glaube halt einfach, dass das auch das Geheimnis von einem guten Teambuilding ist. Und dann auch den Mut zu haben, vielleicht kommst du da ja auch noch irgendwo hin, weil ich weiß nicht, womit das genau immer so zusammenhängt, weil du sagst ja ganz klar, diese Angst, dass dich jemand verlässt, ist natürlich, wird größer, je mehr Menschen du hast. Weil natürlich verlassen dich dann mehr Menschen. Ja. Aber auch das dann vielleicht aufzulösen und zu sagen, hey, was kann man denn noch alles mit so zu kreieren? Weil ich sehe dich da einfach mit einem so unfassbar tollen Potenzial. Und das, wo ich ja auch immer sage, ich liebe es, mich mit Menschen auszutauschen und wirklich auch zusammenzuarbeiten, die so eine Mission, eine Vision haben, wo geht es hin? Und mal komplett losgelöst von dem, was alle anderen machen. Und das macht ihr ja ganz wundervoll. Dankeschön. Ja, aber da, wie gesagt, da bin ich auch, das ist das nächste Thema da. Wie gesagt, es ist ja wie im Flieger, muss ich erst noch mal weiter um sich selber kümmern, damit man auch den anderen Sauerstoff geben kann. Absolut. Richtig schön gesagt. Gibt es noch irgendwas abschließend, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest, was du vielleicht so als dein wichtigstes Learning so mitgenommen hast? Weil, also vielleicht magst du das ja auch noch mal sagen, du wirkst wieder sehr glücklich, du wirkst in deiner Superpower. Und wie glaubst du denn, ist das also, was könntest du da als Learning noch mal vielleicht mitgeben? Als Learning, also wirklich das größte Learning, finde ich, oder wenn jemand vielleicht gerade mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen oder unglücklich ist, ist, dass man weiß, morgen ist wieder ein neuer Tag und du kannst jeden Tag neu starten. Du hast es in der Hand, dich zu lösen, dich neu zu erfinden und es gibt überall die Tools mittlerweile. Wir leben in so einer tollen Zeit. Du kannst dich, du kannst dich häuten, du kannst selber bestimmen, wer du sein möchtest und vertraue dir. dir einfach vertrauen und dein Ding machen und deiner Leidenschaft folgen, deinen Instinkten und nicht das irgendwie runterdeckeln und dich limitieren, die Schere im Kopf haben. Schön gesagt. Vielen, vielen Dank so für das tolle Gespräch mit dir und ganz, ganz, ganz viel Erfolg für alles, was noch bei euch so anstehen mag. Ja, das wünsche ich dir und allen da draußen natürlich auch, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, das zu machen und sich vor allen Dingen nicht zu irritieren, das gibt es ja auch so, was? Es gibt doch schon so viele Marken, das ging dir ja genauso. Egal, wenn man das Gefühl hat, man hat noch was Neues zu erzählen, machen. Machen und darauf vertrauen. Das geben wir jetzt euch mit ein da draußen. Unbedingt. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und die tollen Styles von der lieben Sue mal sehen wollt, dann schaut auf ihrer Website so-sue.com vorbei oder auf ihrem Instagram-Account, denn sie gibt auch richtig, richtig tolle Styling-Tipps. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge euch gefallen und vor allem auch inspiriert hat für euren eigenen Mut, etwas Neues anzugehen. Wenn ihr noch Fragen zu der Folge habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne über eine E-Mail zum Beispiel info at glowcast.de oder einfach über Instagram glowcast.podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid und wünsche euch jetzt eine wunderbare, glowige Woche.